Das Spundbajonett ist ein Bajonett, welches mit dem Griff in den Gewehrlauf gesteckt wird, so dass kein Schuss mehr abgefeuert werden kann. Beschreibung Das Spundbajonett hat meist eine gerade, zweischneidige, blattförmige Klinge. Die Klinge gibt es in unterschiedlichen Formen. Glatt, ohne Mittelgrad oder Hohlschliff, mit Mittelgrad oder mit Hohlschliff. Das Heft besteht zumeist aus Holz oder Horn und hat eine kurze Pariestange. Der Knauf ist abgerundet, um das Spundbajonett in den Gewehrlauf einstecken zu können. Das Heft des Spundbajonetts ist dem Kaliber des jeweiligen Gewehres angepasst. Der Vorläufer des Spundbajonetts ist eine Jagdwaffe. Die Klinge einer Saufeder wurde mit einem Heft versehen, um nach einem verwundenen Schuss das noch nicht verendete Wild zu töten. Wenn das Spundbajonett nicht am Gewehr angebracht war, konnte es als Dolch verwendet werden. Der erste schriftliche Nachweis für die Verwendung als Bajonett stammt aus dem Zeughaus zu Dresden aus dem Jahr 1669. Dort ist es beschrieben als zu den Moskweden gehöriges Messer. Später wurden die Bajonette unter dem Gewehrlauf angebracht, um auch feuern zu können, während das Bajonett am Gewehr angebracht ist. Später wurden die Verwendung als Bajonett aus dem Gewehr verwendet.